Viele finden, dass jeder lieben darf, wen er will. Egal ob Frau und Mann, Mann und Mann oder Frau und Frau. LGBTQ ist nichts Schlimmes, so sehen das viele. Aber manche finden das nicht, leider. Und obwohl viele dafür sind, dass auch Mann und Mann oder Frau und Frau heiraten dürfen, dürfen sie nur in 25 von 195 Staaten heiraten. Etwa 1,6% der ganzen Menschheit ist schwul, lesbisch, bisexuell oder hat eine von vielen anderen Sexualitäten, welche nicht hetero ist. In Deutschland haben sich allein 7,4% der Bevölkerung als Teil der LGBTQ-Community anerkannt. Oft werden auch Kinder wegen ihrer Sexualität gemobbt. Aufgrund dessen ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein LGBTQ-Kind Suizid begeht, fünfmal höher als bei seinen heterosexuellen Mitmenschen. Es wird immer Menschen geben, die LGBTQ nicht akzeptieren. Doch es werden immer mehr, die es akzeptieren. Überall werden Regenbogenflaggen gehisst. Denn love is love. Sind wir noch im Camp? Ja, ja, wir sind im Camp. Okay, wenn es euch gefallen, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und wenn nicht, dann macht einfach gar nichts. Genau. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Das war gut, Digga. Bis zum nächsten Mal, war wild. Bis zum nächsten Mal.